Berlin, London, Oslo, damit halten wir uns nicht mehr auf. In den letzten 15 Jahren hat sich die Welt komplett verändert. Wir halten uns im Internet auf. Kommunikation ist überall, jederzeit, weltweit, egal wo wir sind. Sven Karin. Sein Aufenthalt ist schon seit Jahren das Internet. Lassen Sie sich nicht länger aufhalten. Sven Karin. Zurück in Berlin. Egal wo man sucht, der gute Rat ist immer da. Sven Karin. Sein größtes Interesse? Herausfinden, wie Ginge funktionieren. Das hat sich bis heute nicht geändert. Das hat sich bis heute nicht geändert. Das hat sich bis heute nicht geändert. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.